Jouuuu, hey teleyoutube, willkommen zurück zu einer weiteren Episode unseres Super Mario Maker 2 Let's Plays. In der letzten Episode haben wir uns mit Giftpilzen, Weltall und Glasröhren rumgeschlagen. Und in dieser Episode hier werden wir ganz normal weiter unsere Aufträge beim Toad machen, um Geld anzuschaffen, um unsere Tower weiter auszubauen. Wir haben 52% unseres kompletten Schlosses hier schon hergestellt. Und eine Sache, die mich persönlich interessiert, ist, ist die Story durchgespielt, wenn wir 100% erreicht haben? Oder gibt es immer noch Level, die über diese 100% des Schlosses drüber hinweg gehen, die sozusagen noch mehr Postgame darstellen letztendlich? Würde mich persönlich mal interessieren. Ähm, ja, aber das ist eine Frage, die wir wahrscheinlich beantwortet kriegen, sobald wir das Schloss auf 100% gebracht haben. Und eine weitere Sache, die mir aufgefallen ist, die Musik hat sich schon wieder verändert im Hintergrund, aber diesmal ist sie permanent so anders geblieben. Und die neue Musik ist auch ganz schön funky. Da ist jetzt irgendwie so richtig der Bauarbeiter-Groove mit drin, weil man die ganze Zeit die Hämmer im Hintergrund hört. Ding, 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 ding. Hört so richtig an, als wenn die Mario-Musik gespielt wird, aber jemand im Hintergrund halt in einem Hammer oder irgendwie mit einem Schraubenzieher irgendwie noch nebenbei am rumtrommeln wäre. Irgendwie richtig stylisch, passt irgendwie richtig geil ins Spiel rein. Aber ich quatsche schon wieder zu lange, lasst uns weitergehen, lasst uns weiter die Aufgaben und die Level spielen. Level 30 Blink-Block-Bluff. Für 150 Bonus-Münzen, zwei Sterne. Okay, ähm, 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 ähm. Ja, um den Trupp-Krabbelbau erkunden zu können. Krabbelbau. Sind wir hier im Kinnallgehalten oder was? Habe ich ganz viele Blink-Blöcke hineingesteckt. Aber so ganz sicher bin ich nicht, dass man das Ziel auch erreichen kann. Könnte das jemand mit gutem Gespür für Timing für mich ausprobieren? Doktor Wunderlich. Gutes Gespür für Timing, mhm. Gutes Gespür für Timing habe ich eher weniger, aber ich habe gute Reaktionszeiten. Normalerweise, voraussetzlich bin ich müde. Und heute bin ich ausnahmsweise aber nicht müde, weil ich die Nacht göttlich geschlafen habe. Kein Scheiß, Leute. Oh, okay. Und tschüss. Okay, macht schon Sinn. Ich verstehe schon. Ich wäre sofort wieder klein. Das war aber vorauszusehen. Oh. So viel zum Thema gute Reaktionszeiten. Nein, aber die habe ich eigentlich wirklich. Deswegen bin ich auch relativ gut in Shootern, wenn ich Shooter mal spiele. Habe ich natürlich jetzt hier auf dem YouTube-Kanal noch nicht so viel getan. Weil Shooter eine ganz andere Kategorie und eine ganz andere, ähm... Nicht nur eine ganz andere Kategorie von Spielen, sondern auch eine ganz andere Genre darstellt. Was ich bis jetzt noch nicht gespielt habe hier auf dem Kanal. Obwohl, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe schon Call of Duty hier auf dem Kanal gespielt. Im Singleplayer und aber auch im Multiplayer. Black Ops 3 und Modern Warfare Remastered haben wir Let's Played genauso wie Online-Modus dazu gespielt. Ist aber schon ewig her. Das war eins meiner ersten Let's Plays, wo ich in eine andere Richtung gegangen bin als Duel Links. Beziehungsweise, das war eins meiner ersten Spiele, wo ich was anderes gemacht habe, auch als Pokémon. Weil für all die Leute, die es nicht wissen, auf dem Kanal hier habe ich ursprünglich mit Pokémon angefangen. Und ich habe Duel Links eigentlich damals, ironischerweise, nur just for fun angefangen. Ähm... Okay, nice, easy. Weil ich gut in dem Spiel war. Ich war einfach gut in dem Spiel und habe mir gedacht, okay, wenn du gut in dem Game bist, dann spiel das doch mal. Vielleicht kannst du deinen Zuschauern das ein oder andere zeigen. Und genau das hat nachher auch funktioniert. Puh. Puh. Ich habe euch einfach gezeigt, immer wieder, wie man nach KOG kommt. Puh. Mit günstigeren Deck-Alternativen. Etc. Und daher kann ich mich gar nicht beschweren. Hat sich alles ganz gut gemacht über die Zeit. Aber ich weiß, in einem Mario LP über Duel Links zu sprechen, kommt beim einen oder anderen vielleicht nicht so gut an. Ja, aber wir haben schon ziemlich vieles hier auf dem Kanal gespielt. Mario, Zelda, Pokémon, Duel Links, sogar Call of Duty. Wobei das einzige Shooter-Spiel, was ich zur Zeit spiele, und wo ich potenzielles Interesse hätte, das auf YouTube zu spielen, ist Apex Legends, weil es halt einfach ein geiles Game ist. Aber selbst da habe ich irgendwie nicht die Motivation, zu dem Spiel Videos aufzunehmen. Ich spiele das Spiel für mich persönlich zwischendurch mit meinen Kumpels, aber nicht irgendwie, um damit Content zu erstellen oder so, wenn ich ehrlich bin. Ich bleibe lieber auf einer Nintendo-slash-Story-slash-LP-Schiene, was neue Spiele betrifft. Und ansonsten bleibe ich lieber auf der Guide- und Informationsvideoschiene, was sowas wie Duel Links zum Beispiel betrifft. Im Tal der Winde, nächste Aufgabe, 150 Münzen, zwei Sterne Schwierigkeit. Nachts steht uns ein sternklarer Himmel bevor. Es werden jedoch starke Winde aus westlicher Richtung erwartet. Und aus östlicher Richtung auch. Der Wetterdienst empfiehlt schnell, den Heimweg anzutreten. Von der Meteorologin. Hm. Dann wollen wir doch mal. Dann wollen wir doch mal. Let's go. Irgendwie bin ich heute richtig hyped aufzunehmen. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe heute richtig Motivation und so. Okay, wir kriegen Gegenwind. Macht Sinn. Und der wird sich wahrscheinlich abwechseln die ganze Zeit von beiden Richtungen. Sodass wir mal beschleunigt werden und mal verlangsamt werden. Und dann müssen wir uns damit halt durch das Level bewegen. Ohne in den Gegner rein zu crashen und so eine Scheiße. Das ist ein ziemlich cooles Levelkonzept. Aber gleichzeitig kann das auch in die Hose gehen. Also jetzt nicht als Leveldesign, sondern für mich persönlich beim Spielen. Weil ich einfach nicht wirklich gut bin in solchen Leveln. Weil ich immer Probleme damit habe, wenn ich nicht in meinem standardmäßigen Speed unterwegs bin. Einzuschätzen, wie schnell ich jetzt wirklich bin. Und wenn ich nicht einschätzen kann, wie schnell ich wirklich bin, dann verspringe ich mich manchmal. Damn. Werkt mit euch? Ihr stört? Oh, der will bestimmt hier gleich rumjumpen. Du bist dead. Ohne, du bist nicht dead. Oh, Hilfe! Zweimal getroffen. Ein Leben hat er noch. Yes. Jetzt haben wir dich. Nice. Wir haben auch den Key. Lass mich da runter. Wind, lass mich da runter. Wir haben den Key für was auch immer wir den brauchen sollten. Ich glaube, der war nur nice to have. Der war nicht wichtig. So können wir da unten ein paar mehr Münzen sammeln. Was ganz geil ist. Ich beschwemme mich darüber auf gar keinen Fall. Ich glaube, gerade mal so ungefähr 20 Münzen würde ich behaupten. Und nochmal 10 Bonus Münzen bei oben. Was ist das hier eigentlich? Das ist ja keine Fahnenstange. Das ist eher so ein typisches Ziel, wo man durchläuft. So wie beim Marathonlaufen oder was das da war. Sprintlaufen. Wie auch immer. Ich habe keine Ahnung von Sport. Ich meine, ich bin Videospiele-Spieler. Ich bin Gamer. Ich sitze hier zu Hause den ganzen Tag und spiele Videospiele. Ihr wisst doch, wie es läuft auf YouTube. Wir sind alle gleich wie YouTuber. Spaß beiseite. Nein, Spaß. Als wenn ich alle über einen Kampf scheren würde. Ich habe keinen Plan. Also, da habe ich gerade dick scheiße gelabert. Aber irgendwie gehört das dazu, Mann. Nee, aber jetzt mal im Ernst. Ich habe keine Ahnung von Sport, in dem es um darum geht zu laufen oder so. Aber rennen die nicht am Ende immer durch so ein Ziel durch. Wo so ein Bändchen zwischen zwei Stangen ist. Und die rennen einfach durch das Bändchen durch. Und dann haben die gewonnen, wenn sie erster sind. Oder war das beim Fahrradsport? Auch sowas in der Art. Wo die am Ende durch so ein Band durchfahren. Was halt ganz leicht kaputt zu reißen ist. So nach dem Prinzip stelle ich mir diese Mario-Ziele vor. Wenn ich ehrlich bin. 55% auf unserem Schloss. Ich habe das Gefühl, wenn es wirklich nach dem Schlossprozenten geht. Und deswegen habe ich das noch am Anfang der Episode angesprochen. Dass ich denke, dass wir fast 50% des Spiels schon gespielt haben. Was ziemlich geil ist. Aber auf die andere Art auch schade, wenn 100% wirklich dann am Ende ist. Weil dann sind wir ziemlich schnell durch die Story durch. Zumindest kommt es mir so vor. Aber wir sind schon bei Level 32. Und wir wissen ja, das Spiel soll 100 Level angeblich haben. Hm. Die schreckliche Wippenfestung. 200 Münzen. Gwahaha. Aus dieser Festung gibt es keinen Kommen. Um die Wippen richtig ausnutzen zu können. Oder richtig ausnutzen zu können. Muss man schon etwas mehr Kampfgewicht auf die Waage bringen. Als Mario. Dieser Wicht. Papa von Anonym. Ich habe mir mal Gedanken zwischen den Episoden darüber gemacht. Wer Papa von Anonym sein könnte. Und wisst ihr, an wen ich da denke? Bowser. Erstens sagt er ja immer. Er lacht immer so böse. Wie Bowser auch immer lacht. Auch in Mario Odyssey und so. Ähm. Entschuldigung. Und. Er ist der Papa von Bowser Jr. Und gleichzeitig will er anonym bleiben. Und ist auch der Papa von dem Anonymen Bowser Jr. In dem Sinne. Weil er nicht darauf aufmerksam machen möchte. Dass er die ganze Zeit Mario halt eins dran kriegen möchte. Also ich glaube echt. Der Papa von dem Anonymen Bowser Jr. Ist Bowser. Also sind diese Level hier von Bowser. Okay. Genug darüber philosophiert. Wer derjenige sein könnte. Aber ich glaube. Dass ich damit relativ richtig liege. Ihr könnt mich ja mal in den Comments wissen lassen. Was ihr denkt. Ob ich damit richtig liege. Oder ob ich keinen Plan habe. Ich meine. Ich habe oft keinen Plan. Aber. Diesmal habe ich das Gefühl. Den Plan zu haben. Mal ein paar Bonus Münzen mit. Kann nicht schaden. Meiner Meinung nach. Vielleicht ist die an Power up. Wäre geil. Uh. Die Musik wird ganz funky. Wenn ich das mache. Irgendwie ist das dope. Aber auf die anderen auch verwirrend. Ey. Hier oben sind Münzen. Nice. Bam. 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 Die Musik in dem Level ist cool. Aber die kommt mir so unbekannt. Von welchem Mario Spiel gab es die? In dem hier? Man muss ja so sein. Das ist ja ein Level extra von der Engine. Aber trotzdem. Ding Dong. Dramatic Effect. Nochmal Dramatic Effect. Nochmal Dramatic Effect. Ich muss mir unbedingt so ein Template für den Effekt suchen. Oh. Ist das ein riesiges Level mit viel Bullshit. Jetzt muss ich gerade so daran vorbeigleiten. Oh. Wenn ich da jetzt überall durch muss. Oh mein Gott. Ich brauche auf jeden Fall Power up. Zumindest habe ich ein Checkpoint gekriegt. Okay. Guter Anfang. Komm mal her. Und gib mir die Münze. Fuck. Ich habe die Münze nicht gekriegt. Naja. Es passiert halt. Auf die 10 Münzen da unten kann ich jetzt auch verzichten. Wenn ich ehrlich bin. Ich hätte lieber ein Power up oder so. Achso. Erst aktivieren. Dann hier drauf. Dann können wir das da oben hin bewegen. Das Trampolin. Und dann hier. Zack. Und dann. Woo. Aber was ich eben sagen wollte. So ein Dramatic Effect. Müsste ich mir echt mal einen besorgen. Als Video Effekt. Für mein Video Editing. Damit können wir einige Sachen cooler editieren in Videos. Definitiv. Ach. Erst den Schalter wieder aktivieren. Das ist dieser typische. Oh mein Gott. Irgendwas passiert. Anime Effekt. Da 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 da. Überhaupt nicht knapp oder so. Und ich kann hier nicht mit dem Schuh lang. Fuck. Huh. Was war das? Oh. Ich sehe schon was wir machen müssen. Glaube ich. Oh. Warte. 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 Was müssen wir tun? Der schleudert uns hoch. Ah. Ne. Wir können die da erst hochschleudern. Die Bomben. Jetzt können wir es wieder ausmachen. Damit keine neuen Bomben mehr kommen. Und jetzt können wir uns da hochschleudern lassen. Okay. So können wir es auch machen. Äh. Lass mich kurz nachdenken. Ah. Oh Gott. Okay. Okay. Ich habe gerade eine kurze Panikattacke gehabt. Überhaupt nicht schlimm. Nichts passiert. Dann können wir damit hochdrücken. Ziemlich hochdrücken. Und dann noch besiegen. Okay. 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 Was passiert hier? Power up. Yeah. Endlich fühle ich mich nicht mehr so. Oh. So anfällig für jeden Bullshit. Mario Maker macht irgendwie alles komische Geräusche. Da sind wir mal ganz ehrlich. Ich meine ich finde es auf die eine Art. Was bist du denn? Es gibt so viele Bonus Icons und so. Die ich noch nie gesehen habe. Auf die eine Art finde ich das ziemlich geil. Dass es so viele Bonus Geräusche macht. Aber auf die andere Art. Es ist auch ein bisschen verwirrend. Weil man die ganzen Sachen aus den Original Mario Spielen mehr oder weniger nicht kennt. Oh Mann. Den kann ich nur so besiegen. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Hier brauche ich doch irgendein Item oder so. Wie geht es hier weiter? Ich verstehe es nicht. Ich stehe auf dem Schlauch. Hilfe. Und hier komme ich nicht mehr runter. Fuck. Ich weiß nicht weiter. Ich weiß nicht weiter. Wie soll ich da hochkommen? Ich habe keinen Plan. Ich bin komplett verwirrt. Kann ich die vielleicht mitnehmen? Nö. Ich verstehe auch nicht, wofür diese Noten hier sind. Muss ich vielleicht auf alle Noten drauf springen? Ich glaube, ich bin der Falle zu blöd hierfür. Ich bin verwirrt. Ich bin legit verwirrt. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Jetzt weiß ich wie. Oh, jetzt weiß ich wie. Ich weiß wie. Ich weiß wie. Oh mein Gott, das ist so gemein. Ich glaube, ich weiß wie Jetzt muss ich mich hier auf das Hinterstück stellen Dafür sind auch die Blöcke da Und jetzt, boing Wieder aufs hintere Stück stellen Nein Oh, fuck my life Okay, das ist jetzt nicht allzu schlimm Hoffentlich geht der erst in die andere Richtung gleich Ich hab Schiss, dass er nicht in die andere Richtung geht, sondern zu mir Ja, das dachte ich mir, du Arsch So, geh weiter Jump da hoch, perfekt Und jetzt Yes Okay Uh, sicker Effekt Okay, es hat gerade echt ein bisschen gedauert Da hatte ich den heftigen Brain Fart Weil ich echt nicht darüber nachgedacht hab, dass man Fuck my life Gut, dann krieg ich halt das Ding da nicht Weil ich nicht darüber nachgedacht hab, dass ich echt den Gegner da rüber luren muss Den ganzen Weg da rüber locken muss, um ihn als Sprungbrett auszunutzen Darüber hab ich echt nicht nachgedacht Okay, da oben ist anscheinend nichts mehr Fuck it Ich werde das Level einfach, wird mir zu heiß Damn, okay Hat ein bisschen gedauert gerade Da war meine Gehirnzelle nicht auf dem höchsten und neuesten Stand Aber ich wusste, irgendwas mit den Notenblöcken musste ich machen Hätte ich da mal früher drüber nachgedacht Hätte ich da mal früher drüber nachgedacht, den Gegner drüber zu locken Hm Aber nice Jetzt haben wir dadurch den Ostflügel auf dem ersten Obergeschoss fertiggestellt Dope Und was ich weiß ist, wir haben jetzt relativ günstige Sachen Zum upgraden Vom Preis her Das heißt, wir können zwei Sachen gleichzeitig anfangen Wo soll's weitergehen? Genau, wir haben jetzt hier 500 für die Tore Und für die Kanone 700 each Wir haben 1000, das heißt, wir machen beide Tore Okay, drei Level Nice Aber wir machen beide Tore gleichzeitig Dann können wir nämlich hier auch noch die Tore machen So, dann haben wir beide gleichzeitig mit drei Leveln Fertig, können uns ein bisschen Cash holen Und können dann später immer noch weiter ausbauen Und los, es warten mehr Aufträge auf dich Das kann ich mir gut vorstellen Ein-Aus-Spurt Wird auf jeden Fall ein P-Switch-Level sein Ach, P-Switch sag ich immer Ich sag immer P-Switch, wenn ich diesen Switch meine Diesen Ein-Aus-Switch meine Der rote und blaue Blöcke umschaltet, so rum Das Level gibt 300 Münzen Level 33 Aber hat auch die höchste Schwierigkeit Und ehrlich gesagt bin ich kein Freund von den Schalter-Leveln Ich würde die relativ beschissen Jetzt heißt es Rennen, Laufen, Sprinten Nur nach vorne, nie nach hinten Jetzt heißt es Rennen, Laufen, Sprinten Nur nach vorne und nie nach hinten Yeah Halt Y gedrückt und verpasse keinen der Schalter Ein-Aus, ein-Aus Mit Volldampf geht es immer weiter Nachwuchsmusiker, okay Was auch immer Man hätte wahrscheinlich den ganzen Quest-Text singen können Aber ich bin kein Sänger Fuck, das läuft auf Zeit Er hat gesagt, die nach hinten Das war aber schön nach hinten und gemusst Ah, fuck Der Typ hat mich im eigenen Song-Text angelogen Was für ein Arsch Ja, das habe ich bestimmt zu viel Zeit gekostet Ah, vielleicht auch nicht Uh Uh, yeah Noch eine Sekunde Ich hätte es fast geschafft Okay, das erinnert mich irgendwie an den Online-Level Aber es verzeiht einem einige Fehler Im Gegensatz zu den Online-Leveln Die Online-Level muss man immer perfekt machen Teilweise sogar Frame-Perfect an manchen Sprüngen und so Damit man es schafft Und das hier lässt schon Fehler zu Aber ich hätte auch nicht von dem Nintendo-Spiel Oder von dem Nintendo-gebauten Level erwartet Dass sie es so unnormal kompliziert machen Dass man es wie bei einem Online-Level nicht unbedingt schaffen kann Weil ich weiß viele von diesen Online-Leveln Die irgendwie nur ein paar Prozent Win-Rate haben Wo dann viele Leute dran verzweifelt sind Und die Online-Level habe ich aber teilweise auch schon gespielt Von daher Und auch geschafft Die meisten davon zumindest Ich glaube, ich habe eins abgebrochen Weil das eine Level ein bisschen zu schwierig war Und wir das auch im Stream gespielt haben Und ich habe so viele Trise schon gemacht Dass ich euch im Stream damit nicht weiter langweilen wollte By the way Ich habe jetzt die letzten Folgen im Stream erwähnt Und ich bin manchmal auf Twitch am Stream Für all die Leute, die es interessiert Ich habe mir den Quest-Tags jetzt nicht durchgelesen Aber es wird wahrscheinlich nicht so schlimm sein Rückprallring-Lift ins Nirgendwo Okay, macht Sinn Keine Ahnung Ja, okay, macht Sinn Nachdem ich es jetzt auch schon gesehen habe Aber ja, wir sind manchmal auf Twitch aktiv Eigentlich so gut wie Jeden zweiten Tag, würde ich behaupten Manchmal täglich Manchmal ein, zwei, dreimal die Woche Was labere ich? Das hat gerade gar keinen Sinn ergeben Ich war abgelenkt Manchmal täglich Manchmal jeden zweiten oder dritten Tag Je nachdem, wie ich wirklich Zeit finde Aufgrund meines Real-Life-Jobs Ihr wisst, wie es läuft, Boys Aber Wir spielen da auch Mario Maker unter anderem In Online-Leveln Und ja Falls ihr Bock habt Mal eventuell im Stream vorbeizusehen Fuck, wir haben dadurch unseren Helm verloren Das ist nicht gut Man, ich kann gerade echt nicht Quatschen Werbung für meinen Stream machen Und mich auf das Level konzentrieren gleichzeitig Ich bin irgendwie gerade nicht Multitasking fähig Yikes Was ich sagen wollte ist Wenn ihr mal im Stream vorbeischauen wollt Zusätzlich zum Let's Play Wo wir ein paar Online-Level momentan spielen Ich meine, Online-Level werden wir später auch auf YouTube bringen Oh fuck Das ist Ziel Okay, rein ins Ziel Scheiß drauf Yes Dann könnt ihr auf jeden Fall mal auf twitch.tv slash gameplays vorbeischauen Ist unten auch in der Videobeschreibung verlinkt Könnt mir da ein Follow da lassen Und äh Ja, wir sind auf Twitch gepartnert worden Als Affiliate vor kurzem Was bedeutet Ihr könnt mich theoretisch auch auf Twitch unterstützen Wenn ihr da Bock drauf hättet Und auf einmal haben wir 54% Wir machen echt guten Progress Meister des Bau-Klempner Bau-Kletterns Baum-Kletterns Ich hab Bau-Klempner irgendwie sowas gelesen Baum-Kletterns In diesem Level habe ich Bäume gepflanzt Aber ich traue mich nicht Ihn zu spielen What the fuck Also könnte jemand anderes das übernehmen Derjenige müsste aber bitte auf dem Weg zum Ziel Alle fünf Bäume Auf alle fünf Bäume klettern Level 1 Dungeon Schwierigkeit meine ich Fünf Bäume Von ängstlicher Junge Wir haben doch schon mal ein anderes Baum-Level gemacht Wo wir auf zwölf Bäume klettern sollten Und das war einiges schwerer Warum sind manche Level zwischendurch irgendwie total simpel Und dann wieder welche total schwer Macht irgendwie nicht viel Sinn Ah, ich seh schon Jum Jum Okay, ich hab gerade verkackt Wir müssen den hier runterlocken Und dann Können wir den hier Ach, verpiss dich doch, du Arsch Wollte gerade sagen, wir können bestimmt den Gegner auf die Münze schießen Aber wir können auch einfach einen Wandsprung machen Ich hab nicht daran gedacht, dass wir gerade den neueren Teil spielen Wo der Wandsprung Möglich-möglich ist Ich find's nämlich irgendwie gewöhnt Dass wir die Oldschool-Teile spielen Wo der Wandsprung nicht wirklich möglich ist Nummer zwei Ja, komm Du kannst ja bestimmt durch Yeah Meine Münze Peace Bine Mario Katzen Mario I take it Und noch eine Zehner-Münze Die nehm ich natürlich auch noch mit Okay, wir haben alle fünf Bäume Dann können wir jetzt ins Ziel Bada-ba-da-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba Nice, wir haben 60 Bonus-Münze im Level gekriegt Das Level schnell durchgespielt Ich hab irgendwie das Gefühl, meinen Satz von Twitch eben nicht beendet zu haben Aber macht ihr auch nichts Ihr wisst, was ich sagen wollte Videobeschreibung, Twitch, Link ist da unten Da machen wir manchmal Live-Sachen Mario Maker, aber auch andere Spiele Wenn ihr vorbeischauen wollt, schaut vorbei So, jetzt hab ich zwischen den Leveln einfach mal ganz schnell das gesagt Was ich ehrlich sagen wollte Anstatt das über das ganze Level lang zu ziehen Ja, manchmal ist es ein bisschen schwierig Irgendwas zu kommentieren Und gleichzeitig hinzugehen Und, äh Ja, wie soll ich sagen Zu spielen, sich zu konzentrieren Oben unten Mario und die Buh-Laken Ich würd sagen, wir farmen jetzt aber erstmal genug Münzen Bis wir, äh Beide Kanonen bauen können Auf beiden Türmen Wofür auch immer Prinzessin Peaches Schloss Kanonen braucht Sind wir mal ganz ehrlich Ich mein, ja, Bowser hat schon oft genug Scheiße angestellt Vor allen Dingen auch mit dem Uh, nice Vor allen Dingen auch mit dem Schloss Und hat das ganze Schloss geklaut in so ne Aktion Oh, okay, okay, das war ein Fehler Man muss erst wieder zurück Und dann kann man Hm, ich verstehe Mhm, mhm Macht Sinn Von daher kann Peach definitiv Kanonen brauchen Darauf wollte ich hinaus Aber auf die andere Art denke ich mir auch gerade so Hm Sich ein bisschen zu brutal Für so ein kleines Schloss Braucht sie wirklich Kanonen Um Bowser zu besiegen Jaikers Oh, das ist gemein Das hab ich nicht gesehen Dass der kurz vorm Rausschießen wieder war Oh, wie blöd ist das denn jetzt gerade gelaufen Darf ich schon wieder am Anfang anfangen Und heute Ich hab mich in den letzten beiden Folgen so hat Über Luigi aufgeregt Heute reg ich mich nicht auf Ich reg mich nicht auf Nein, warum Es ist nur verschwendete Lebenskraft Ja, zurück, 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 zurück Bevor ich es wieder vergesse Auch wenn er mich hart triggert Und er ist einfach durch Nice Und jetzt Ah ja, durch die Röhre und dann den Schalter von der anderen Seite betätigen Okay, das macht Sinn Weil dann können wir hier lang laufen und kommen hier durch Auf der anderen Seite sind weniger Geister Da wird es leichter sein, durchzukommen Und da ist auch ein Capture Point Holy shit Was geht hier ab? Okay Okay, okay, okay Ich muss mich bei dem Level ehrlich gesagt sehr konzentrieren, Leute Weil das Level ist nicht super einfach Ich find die Level, die auf dem Kopf sind, sowieso relativ kompliziert Weil man ja immer die Steuerung umdenken muss Die Steuerung ist ja immer auf dem Kopf dann Ist nicht ganz so meine Stärke Gebe ich auch gerne zu Oh ne, ich hab Schiss die Münze zu holen Lassen wir das Ha Und hier ist ne Türe Okay, okay, okay Gib mir ein Power up Gib mir ein Power up Bitte Warte, was muss ich machen? Achso Oder? Komme ich wieder zu Ja, nice In die andere Dimension Ah, die sind jetzt hier unsichtbar, oder was? Manchmal sieht man Sachen in den anderen Dimensionen nicht Wie wir gerade schon gesehen haben Zum Beispiel die 10er-Münze und so War ja auch verschwunden Okay Okay Okay, Gott sei Dank Das Level vorbei Puh Okay Das Level war jetzt Nicht super schwer Aber ich musste mich schon ein bisschen konzentrieren Also Hm Und das war glaube ich nur ein 2-Sterne-Level oder so Ich fand das jetzt für ein 2-Sterne-Level schon ziemlich hart Muss ich ehrlich zugeben Da waren die ganzen Level vorher, die wir gemacht haben Mit höheren Sternen Einiges leichter Festung der Todeswippen 3 Sterne Anonym Ich wollte es wie Papa machen Und hab ein Verlies des Todes gebaut Aber ob er wirklich Was taugt? Ich würde gerne eine Testperson anheuern Die mal alles von vorne bis hinten ausprobiert Als erster ins Ziel kommt Wer als erster ins Ziel kommt Kriegt auch Taschengeld von dieser Woche Von anonym Das heißt, das ist eine Mission vom Bowser Von Bowser Junior selber Dann wollen wir mal Festung Der Todeswippen Vorausgesetzt meine Theorie stimmt Also wir kriegen einen Pilz Sweet Oh, ich verstehe schon Das ist nicht nur ein Ding, was fährt Sondern was gleichzeitig auch wippt Macht Sinn Oh, ich hätte mich ein bisschen bewegen sollen Das war nicht so geil Ich wollte mich auch darauf konzentrieren Dass nicht unbedingt Viecher hier bei mir Auf der Wippe landen Das wäre ein bisschen Problematisch Safe Point Safe Point Und Röhre Und ein Power Up Yes, Sir Der Panzer nehme ich weiterhin mit Einfach nur weil Ich damit eventuelle Gegner besiegen kann Uh Guck mal, die geben hier einem Was ich hinaus wollte ist In manchen Leveln Kriegt man echt Null Power Ups Und das Level ist deswegen Superschwer Nicht, weil das Level Von Haus aus schwer ist Sondern einfach Weil man null Power Ups Fuck off Weil man null Power Ups bekommt Und in manchen Leveln Die eigentlich relativ simpel Aufgebaut sind Bekommt man mehrere Power Ups Und die machen die Level Dann schon fast zu einfach Mist Ich bin zu hoch gesprungen Ich habe eigentlich nur versucht Einen Weak Jump zu machen So einen halben Sprung So einen Short Hop Wie man in Smash sagen würde Um Uh Nice Um das Ding wieder auszugleichen Um mittig zu landen Aber das ging nicht so ganz Ich würde hier easy durchkommen Wenn ich nicht so gierig wäre Die Münzen mitzunehmen Meine Gier nach den Münzen Die ich die ganze Zeit versuche Unterwegs mitzunehmen Um schneller Münzen zu farmen Ist der Grund Warum ich getroffen werde Und ich weiß Dass das der Grund dafür ist Und trotzdem mache ich es Die ganze Zeit Hahaha Oh das war dumm von mir Das war so dumm Wo habe ich es da bitte berührt Ich habe es nicht mal berührt Nicht mal mein Pixel Hat das Ding berührt Aber ich habe auch schon gehört Von äh Anderen Streamern Und YouTubern Weil ich habe ja auch Bei anderen mal reingeschaut Logischerweise Zumindest bei denen Die Online Kurses machen Die haben auch schon so Level Gespielt mit so Spikes Und die haben alle gesagt Die Hitbox der Spikes wurde erhöht Im Vergleich zum ersten Teil Ich habe den ersten Mario Maker Teil Nicht gespielt Das heißt ich habe keinen Vergleich Aber Wenn die schon sagen Die Hitbox wurde erhöht Und man wird schneller getroffen Und es sieht manchmal so aus Als wenn man die Spikes Gar nicht berührt hätte Aber man stirbt daran trotzdem Dann wird da wohl Was wahres dran sein Ich meine Das sind professionelle Mario Maker Spieler Oh mein Gott Ich muss unbedingt hier An der Stelle groß sein Da ist sofort Der nächste Save Point Ich muss einfach nur Groß sein Da durchlaufen Und ich sollte mir Vielleicht das Leben Hier immer mal holen Weil dann kann ich Nicht Game Over gehen Was wichtig wäre Ich stelle mich aber auch Dumm an gerade Ja aber selbst wie gesagt Andere Streamer Und YouTuber Haben auch gesagt Die Spikes haben Eine riesige Hitbox Und Das ist absolut crazy Wie manche von denen Getroffen werden Da zum Beispiel gerade Ich habe das gar nicht Auf meinem Bildschirm berührt Und trotzdem hat es mich getroffen WTF Okay das war meine Dummheit Da will ich jetzt nicht Darüber diskutieren Das gebe ich ehrlich zu Das war meine Dummheit Kein Thema Bei sowas kann ich das ja akzeptieren Aber wenn ich einfach Daran vorbeifahre Und es nicht mehr berühre Dann tiltet einen das schon Und ich weiß nicht Warum ich mich hier so dumm anstelle So schwer ist der Scheiß Hier wirklich nicht Ich mache das jetzt Das ist der Try Wo ich es jetzt einfach mache Und dann kann ich sagen Easy Kein Thema Ich glaube das Schwierige Hieran ist wirklich Dieser Wippen Part Und weil man Nachher Am zweiten Abschnitt Hier drüben gleich Gezwungen ist Nicht in der Mitte zu stehen Weil diese Dinger da Die zwingen einen dazu Einen bestimmten Winkel Hier halt einzunehmen Zwischen den Teilen Und dieser Winkel Ist schwer zu treffen Und jetzt muss man das Ding Wieder etwas gerader machen Ich sag doch Wenn ich mich konzentriere Und das eins zu eins Wirklich in meinem Kopf Mit durchgehe Und am besten Was ich tue Auch noch kommentiere Weil ich mir dann selbst In meinem eigenen Schädel Helfe In meinem eigenen Kopf Helfe Dann ist der Scheiß Piss easy Oh fuck Jetzt habe ich den Scheiß Kettenhund hier mit drauf Holy fuck Aber dafür muss ich halt Mich voll konzentrieren Nice Der ist tot Oder auch nicht Der hat die Lava überlebt Okay Nice Dich killen wir Dich killen wir Und wir sind am Ende Aber Durch immer Hundertprozentig Volle Kanone Zu konzentrieren Ist halt nicht immer Ganz drin Wenn man nebenbei Commentary gibt Korrekt Wir kriegen aber Einen dicken Batzen Münzen Sweet Aber Leute Ich würde sagen Das ist heute Das Zeichen dafür Wir haben 36 Minuten Geknackt Dass wir die heutige Episode Beenden Wenn es euch gefallen hat Lasst ein Like da Alternativ abonniert Zum Kanal Damit ihr keine zukünftigen Videos mehr verpasst Und ich bin raus Ich wünsche euch noch Einen super tollen Tag Haut rein Bis zum nächsten Mal Ciao